Der Neubewertung, brauche ich jetzt so? Okay. 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 Weiß hier. Wusselspiel. Machen wir das. Also, ab so weiter. Wir fahren nach Berlin. Für DIA. Aber immer noch zweiter. Wir fahren. Oh. Ich glaube, das ist ein Täter. Bei einem Hidu ist schon gespielt. Ja. Okay. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Was ist das? Das ist das Glück. Geht mittlerweile. Geht mittlerweile. Vielleicht sollten wir noch einmal. Lang-Kurs-Kurs-Kursing Lang-Kurs-Kursing Hier machen wir erstmal Jetzt mal Sie ist defensiver Auch mal das da Das war für die Besalisten Hier machen wir Auslaufen für alle Guck mal Ob das besser wird Super glücklich, super glücklich Jetzt haben wir Sehr schön So, okay Sieht so halbwegs grün aus Okay Oder dazu Gibt da so eine Nose-Bandriss Ich kann auch die Bank nicht weiter besetzen Da fehlt eine Erinnerung Mega-Kacke Mega-Kacke Ja 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 Vorher Ja Ja Wo ist die Form von Nielsen? noch mal zu ich sehe jetzt nicht wirklich hier eine schwachstelle hier wird auf jeden fall eine reaktion erinnert auf gehts gleich wird die hucke voll die greifen schon ein das glattbacher ist vorbei ich irgendwas verpasst Kilometer daneben Katastrophe ok also wenn der Torwart weiter so spielt dann werde ich mal wieder wechseln zum nächsten spiel weiß son was passiert wieso geht der raus das könnte auf jeden fall besser und jetzt will ich mal einsatz hier ja 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 geht noch was schmolo ey du Ex Freiburger lass ihn durch und dann noch zwei durch ja aber hört auf her gut ja okay dachte schon ja das war aber nicht besser jetzt schießt denn der von da der Innenverteidiger Lienhardt wo ist er denn da der ist euch der Außenverteidiger So, der Till ist nicht so pralle drauf. Nehmen wir hier den Haberer. Oh nein. Moment, Moment, nehmen wir den rein. Oh Leute, ist ... Na gut, wegen Ausländer da habe ich nicht mehr, so jetzt kann ich noch zwei Leute auswechseln. Ja, da ist jetzt mal da für den Petersen rein. Guck mal, die Bayern liegen hinten. Und dann kann man das nicht ausnutzen. Ey, ich werd dich wieder. Was für eine Kacke hier. Damit ist mein Dritter an der Tabelle. Wir wissen jetzt deutlich über den Vorgaben. Magdeburg verliert. Oh, was für ein Tag. Oh. 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 Vielen Dank.